Geil, Honig! Oh mein Gott, hast du Ruhe? Ach, was für die Kinder. Bist du ruhig? Man hört mich nicht. Ich muss einfach mit dem Helm. Hallo! Da bin ich nicht eingesehen. Es ist etwas wie ein Auge, oder? Ja, das ist einfach ein Hüppchen und nicht ein Rasschen. Ich weiss nicht, könnt ihr es sehen? Aromaté? Oh, Regi, riss die Zähne. Riss die Zähne, weil wir riss die Zähne. Uuuuh! 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 Ich falle um mich. Ich falle um mich. Wie lachst du. Oh, ja! Philippa, alles okay? Oh, ja!